Das Thema heute ist Blockchain-Architektur. Wie beeinflusst die Blockchain-Architektur die Automatisierung von Geschäftsprozessen und was hat überhaupt die Architektur mit Geschäftsprozessen zu tun? Generell haben wir natürlich hier Basissysteme, die unsere Geschäftsprozesse tragen, sei es Cloud-Systeme oder sei es eben solche neuen Ansätze, wie sie durch Blockchain zum Ausdruck bringen. In aller Munde ist Blockchain im Zusammenhang mit sogenannten Kryptowährungen. Bitcoin ist davon die bekannteste. Insbesondere der Börsenkurs von Bitcoin in den letzten zwei Jahren hat ja dramatische Entwicklungen genommen, die dann auch eben in der Presse entsprechend aufgenommen worden sind. Wenn wir hinter diese modischen Diskussionen gucken, was das Prinzip ist, dann sehen wir, dass Blockchain nicht nur eine technische Entwicklung ist, sondern auch eine organisatorische Entwicklung ist, eine wirtschaftliche Entwicklung, weil eben neue Geschäftsmodelle entstehen, vielleicht sogar eine politische. Warum? Der Paradigmenwechsel ist, dass wir von der linken Seite von zentral gesteuerten Systemen zu der rechten Seite zu dezentralen Systemen ohne eine zentrale Steuerinstanz kommen. Wir sehen es eigentlich als normal an, wenn wir eine Überweisung tätigen, dass wir dafür eine Bank benötigen. Wir sehen es als normal an, wenn wir etwas von jemandem gebraucht kaufen wollen, dass wir da über eine Plattform wie eBay gehen. Warum gehen wir nicht direkt zu den einzelnen Personen, denen wir Geld schulden und geben denen das Geld oder gehen nicht direkt zu jemandem hin, der uns hier ein gebrauchtes Spielzeug oder was auch immer verkaufen möchte. Wir wissen, wenn wir eine Überweisung über eine Bank tätigen und nicht eben das Geld in den Briefumschlag tun und jemandem hinschicken, dass wir ziemlich sicher sein können, dass diese Transaktion richtig abgewickelt wird und wenn sie nicht richtig abgewickelt wird, dass wir jemanden dafür haftbar machen können, nämlich die Bank. Dasselbe ist eben auch der Fall, wenn wir über eBay etwas kaufen, dann wissen wir, dass die eben auch schon den Verkäufer kontrollieren, bewerten, sodass dann auch eine gewisse Sicherheit da ist, dass wir wirklich auch den Artikel bekommen, den wir bestellt haben. Also die zentralen Instanzen liefern ein gewisses Vertrauen, dass jetzt solche Transaktionen auch wirklich so abgewickelt werden, wie wir das wünschen. Aber muss es solche zentralen Ansätze geben? Könnte man das auch anders regeln? Und das ist eines der Grundprinzipien, was hinter dieser Blockchain-Architektur steht, dass man sagt, wir können doch versuchen, hier solche Vertrauensdinge in die Architektur selbst hineinzugehen, ohne eine solche zentrale Instanz. Beispielsweise, dass wir durch Verschlüsselungstechniken oder andere Sicherheitstechniken schon mal feststellen, dass wir hier sichere Identitäten haben. Dass also der Absender wirklich der Absender ist und nicht ein anderer sich vorgibt, ein bestimmter Absender zu sein. Oder dass auch der Empfänger wirklich der Empfänger ist und da nicht irgendwie eine Täuschung vorliegt. Wir können auch durch Verschlüsselungsmöglichkeiten sicherstellen, dass die Transaktion während der Bearbeitung nicht verändert wird. Wir können auch sicherstellen, dass wir erkennen, ob in diese Transaktion hineingeguckt worden ist. So, und wenn wir das durch Techniken abdecken können, haben wir schon einen Teil des Vertrauens jetzt aus einer zentralen Ebene in das Netz selbst hineingetan. Wenn wir jetzt auch noch zusätzlich bestimmte Vertrauenselemente in das Netz hineingeben, dass beispielsweise mehrere Teilnehmer des Netzes bestätigen müssen, dass eine bestimmte Transaktion in Ordnung ist, dass sie das geprüft haben, dass der Absender auch wirklich der Absender ist, dann haben wir neben dieser technischen Funktionalität auch noch eine Verantwortung in das Netz selbst hineingegeben. Und das sind Funktionen, die jetzt innerhalb dieser Blockchain-Architektur bereitgestellt wurden. Im ersten Fall war das eben jetzt, wie gesagt, auf dem Gebiet der Währungen. Warum da gerade? Nun, weil durch die Finanzkrise nun gerade das Bankensystem ja an Vertrauen eingebüßt hat. Also das, was sie eigentlich liefern sollen, die Banken, ist dort angegriffen worden. Hinzu kam, dass eben ja auch so eine politische, sehr kritische Haltung gegenüber dem Finanzsystem aufgebaut wurde, sodass da eben auch Menschen motiviert waren, zu überlegen, können wir das nicht auch in anderer Form machen. Das ist das, was ich vorhin sagte, dass auch eine gewisse politische Seite mit dieser Architektur verbunden ist. Es war ein bisschen eine Gegenbewegung zu dem traditionellen Finanzsystem. Aber das war nur der Anfang. Und wir sehen, dass immer mehr auch jetzt Fantasie entwickelt wird, auch andere Anwendungsgebiete aus anderen Branchen zu finden. Und da ist der Fantasie gar kein Ende gesetzt. Was beispielsweise auch sehr stark mit dieser Architektur verbunden ist, dass die einzelnen Transaktionen gespeichert werden, und zwar dauerhaft gespeichert werden. Und auch nicht verändert werden können. Das heißt, solche Anwendungen, die gerade auch auf solche Funktionalität Wert legen, beispielsweise Katasterämter, können über solche Architekturen abgewickelt werden. Einwohnerstatistiken oder Einwohnermeldeamt im öffentlichen Bereich. Ich habe aber hier ein ganz anderes Beispiel herausgenommen aus der Logistik. Und wir sehen hier, dass wir zwei Partner haben. Ein Transportunternehmen, was jetzt hier Waren über Transportmittel, über Container hier bewegt. Und ein Hersteller, ein Unternehmen, das jetzt hier eine solche Lieferung mit diesem Partner abwickelt. Wenn beide jetzt hier sich darüber verständigt haben, diesen Prozess über eine Blockchain-Architektur abzuwickeln, dann kommen wir vielleicht zu einem solchen Bild. Warum würden Sie das tun? Es kann ja sein, dass hier sehr wertvolle Güter transportiert werden, dass dort Schäden auftreten, dass dort hinterher Streitfälle auftreten können. Wer ist verantwortlich für einen bestimmten Schaden, für eine zeitliche Verzögerung, was auch immer. Also diesen Prozess sehr sorgfältig zu dokumentieren, dass er auch nicht verändert werden kann, sodass man auch nach fünf Jahren bei einem Rechtsstreit immer noch genau darauf zurückgreifen kann, wie dieser Prozess abgelaufen ist, kann eine solche Motivation sein. Das Transportunternehmen kann auch den ganzen Fuhrpark über eine Blockchain verwalten. Das heißt also, alle Transaktionen, die mit den Fahrzeugen durchgeführt werden, welche Reparaturen, welche Ölwechsel, was auch immer an einzelnen Aktionen durchgeführt werden, wäre unwiderruflich und unzerstörbar gespeichert, sodass man hinterher auch Garantiefälle bis in alle Ewigkeiten noch analysieren kann. In diesem Beispiel ist es nur angedeutet, dass eben jetzt hier beide Partner in so einer Private Blockchain, das heißt also andere Partner oder andere Beteiligte können nicht auf diese Ergebnisse zugreifen, sondern nur die, die sich hier zu einer solchen Private Blockchain zusammengeschlossen haben. Aber die haben jeweils transparent den gesamten Ablauf. Es ist ein Prinzip auch der Blockchain, dass praktisch jeder der Beteiligten eine Kopie der Daten bei sich hat. Gibt es auch Ausnahmen, aber das ist so ein Grundsatz, der in dieser Blockchain-Architektur mit enthalten ist. Sodass das, was hier in der Mitte ist, wo eben die einzelnen Blöcke zusammengekettet wird, deswegen ja auch der Name Blockchain, auch diese Verkettung ist so gestaltet, dass sie nicht zerstört werden kann, dass man Veränderungen immer sofort erkennen kann, sodass wirklich hier eine totale Dokumentation des gesamten Ablaufes vorhanden ist und von beiden Partnern eben hier auch zur Verfügung gestellt wird. Die einzelnen Transaktionen, die hier selbst durchgeführt werden, habe ich hier angegeben. Also die verstehen sich von alleine, dass hier Beladungsvorgänge sind, dann die Fahrt selbst stattfindet, aus der auch Ereignisse erzeugt werden können, wenn beispielsweise Temperaturüberstreitungen da sind, die bei der Ladung zu Fehlern führen würden, sodass dann hier auch entsprechende Aktivitäten bei einem der Partner ausgelöst werden. Die Entwicklung von Anwendungssystemen auf Basis der Blockchain-Architektur ist unterwegs. Natürlich sind Unternehmen aufgeschreckt. Es gibt Aussagen, dass möglicherweise Banken in der Zukunft gar nicht mehr benötigt werden, zumindest für bestimmte Transaktionsfälle. Das ist vielleicht ein bisschen weit gesprochen. Es gibt sogar eine Aussage, man könnte eine Blockchain der ganzen Welt machen, dass alle Transaktionen, die insgesamt in der Welt stattfinden, über eine solche Blockchain-Architektur stattfinden, nie verändert werden können, ewig gespeichert sind, sodass praktisch eine ganze Geschichte der Welt hier dadurch dokumentiert wird. Man muss aber vorsichtig sein bei solchen sehr weitgehenden Spekulationen. Auch das Internet ist mal entwickelt worden unter dem Gesichtspunkt der Dezentralisierung, der Demokratisierung, soll alles nichts mehr kosten. Jeder kann praktisch kommunizieren zu Nulltarif. Das war die Ursprungsidee oder mit einer der Ursprungsidee. Was sind daraus für Dinge geschehen? Wir haben riesige Monopolisten als Unternehmen entstehen sehen, die sich mit der Technologie des Internets entwickelt haben. Also insofern muss man vorsichtig sein, ob die politischen Erwartungen, die an die Blockchain-Architektur gerichtet werden, so sympathisch sie vielleicht auch sind, sich hinterher wirklich erfüllen. Aber auf jeden Fall ist es ein interessanter, neuer Ansatz, der eben auch hier die Geschäftsmodelle in Richtung Automatisierung mit einem ganz neuen Drive versehen wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.